hallo und herzlich willkommen der neue welle podcast ist wieder da und schön dass du ihn auch heruntergeladen und wieder an anhören möchtest heruntergeladen hast und anhören möchtest oh gott ich habe mir keinerlei gedanken gemacht wie wir hier diesen podcast heute starten könnten ich habe es mir nicht so schön aufgeschrieben wie du seit jahren auf deinem ja und ich brauche nie hallo schön dass du denk ich immer was redet er mit mir ja ja schön dass ihr das stört mich auch manchmal genau aber ich glaube im podcast also im radio würde es mich stören wenn wenn der moderator du sagst wenn du noch einen stau oder blitzer gesehen hast dann ruft du mich an aber im podcast finde ich irgendwie nett ja ja ich ich finde auch ich meine ich bin ja nur der podcast kollege ich fühle mich dann halt immer angesprochen ja aber karsten über was möchtest du denn heute hier in diesem podcast reden jan ich habe die verkehrsbilanz 21 21 ist rausgekommen also für das erste halbe jahr und es gibt einen rekord zu feiern zu feiern das ist mein thema was hast du ja ich möchte mit dir über bei mir bei mir geht es heute so pass auf ja wer baggert da so spät noch am neu gebauten haus es ist ein mann der reist die balkone wieder raus und jetzt alle auf die meldung freue ich mich schon vorher noch mal neues aus hinter den kulissen endlich können wir über die trucker babes reden das haben wir ja schon ein paar mal thematisiert genau ich habe es mir letzte woche angeschaut du hast letzte woche gesagt dir gefällt das überhaupt nicht mehr weil die so einen komischen entschuldigung ich bin dir ins wort gefallen nee insta filter ja ja erzähl ruhig die ganze meldung auf angeblich auf die auf die fahrerinnen gelegt hätten und dann habe ich es mir auch angeschaut letzten letzten sonntag abend und ich konnte mir keine zwei minuten anschauen weil es sei exakt genau so wie du sagst warum macht man das weiß ich nicht das war immer okay ja die sahen also einige haben sich ein bisschen mehr geschminkt andere weniger und es war völlig in ordnung und jetzt packt man da die sehen aus wie sowieso wie so hobby influenza in einem lkw mit so ganz ultra weißen zähnen mit so einer unnatürlich muss die kamera kaputt gegangen sein wie nennt man denn diese haut diese 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 insta filter haut die so aussieht als wäre sie keine haut mehr sondern so sehen die da sitzen die italien lkw und fahren durch die gegend und ich frage mich halt das ist die achte staffel übrigens ich habe das alles noch mal ich bin dann mal ins netz gegangen und habe bei google eingegeben trucker babes insta filter forum ob ich bis jetzt der einzige wenn dem es aufgefallen ist und ich habe nichts gefunden wo das bisher schon mal thematisiert ist aber ich habe dabei herausgefunden dass das schon die achte staffel ist und es ist jetzt das allererste mal dass sie das machen sauberei also es sieht wirklich nicht schön aus freut mich aber vielleicht ist das vielleicht ist das die zukunft des fernsehens ich meine klar die verlieren ja zuschauer an andere plattformen an instagram an youtube und da sind diese filter super erfolgreich tik tok und was dann nicht noch alles gibt und vielleicht versucht das fernsehen dann da ebenso hinterher zu kommen dass sie sowas eben auch machen es sieht super unnatürlich aus aber wir können es auch beenden ich bin einfach nur froh dass ich noch in dir jemanden gefunden habe der das genauso kritisch sieht wie ich manchmal denkt man ja bin ich der einzige aber wenn du das auch so siehst dann bin ich wieder zufrieden ja ich habe dir extra ein foto gemacht ich bin extra aufgestanden ganz nah ran an den fernseher gegangen und habe dir ein foto geschickt sonntags abend zum halb elf war ja auch ein bisschen verantwortet ja natürlich wir haben dann kurz geschrieben logisch fand ich gut okay es gibt rein in die erste meldung es gibt eine 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 spannende attraktion bei uns in der region von denen gibt es erst drei stück eine eine solche anlage ist nur für zu testzwecken aufgemacht worden die zweite kann man besuchen und die dritte steht jetzt hier in karlsruhe und ab freitag also ab heute wo sie den podcast hören können 11 uhr ist das ding offen es handelt sich um eine neue erlebnis rutsche im europa bad karlsruhe cool sky surfer heißt das ding und das besondere an dieser rutsche ist dass man sie im stehen rutscht okay nicht wie sonst andere rutschen im sitzen oder im liegen sondern man läuft so ein bisschen an wie wir früher so schlitterbahnen auf dem schulhof gemacht haben du läufst an und dann springst du auf den rutschen anfang slide ist auf diesem wasser film der da geschaffen wird und dann geht es halt in v-form 60 meter lang runter und warst du schon mal im europa bad noch nie oben gibt es diesen essens bereich und ab da da rutscht man dran vorbei also du bist sozusagen ganz oben im europa bad und ja rutsch dann am erlebnisbereich am essbereich vorbei runter ins ins entertainment becken oder erlebnisbecken wie das heißt und es gibt wie gesagt erst drei stück also der oliver sternhagel meinte weltweit da weiß ich jetzt nicht so genau auf jeden fall gibt es gibt es drei in deutschland meinte er und ja jetzt eine eben in karlsruhe das klingt so wie skifahren ohne skier genau ja so kann man sich das vorstellen es gibt auch für alle die da jetzt unsicher sind so eine reling an der seite wo man sich wohl festhalten könnte wenn einem das ein bisschen zu unsicher ist aber aber man kann wahrscheinlich auch richtig geil auf die fresse fliegen und das ist dann wahrscheinlich nicht schlimm weil das so ein gummierter boden ist oder so ich habe keine ahnung wie gesagt das ding wird ja jetzt erst am freitag aufgemacht und ich hast du schon tickets ja ich fahre natürlich gleich hin am freitag ist ja logisch um das auszutesten und vielleicht kann ich ja dann später mal berichten wie ist denn weißt du zufällig ich weiß dass du immer wahnsinnig gut vorbereitet bist deswegen stelle ich dir jetzt eine frage aus dem nichts heraus wobei schon klar ist unter radiokollegen macht man das ja eigentlich nicht wenn man live und er ist dass man den anderen da vielleicht in eine situation bringen könnte dass er sagen müsste oh das weiß ich nicht aber ich frage jetzt einfach weil ich ja weiß dass du immer alles recherchierst was du mitbringst und immer viel mehr wissen drauf hast als als du eigentlich benötigen würdest wie sind denn die corona regeln im europa bad ich habe keine ahnung aber ich weiß dafür dass die dass die rutsche ab zwölf ist und man maxim mindestens ein meter 40 groß sein muss um zu rutschen das würde ich hinkriegen das glaube ich auch fertig aber corona regeln wie wird es sein wahrscheinlich muss man sich vorher anmelden wahrscheinlich dürfen nur die hälfte der leute rein ich denke auch gut abend steht bestimmt im internet super ach da hätte ich auch bock drauf auf so eine rutsche im stehen rutschen das klingt so wie du es mir verkauft hast klingt mega gut also wir sind ja am freitag also heute um 11 uhr bei der pressekonferenz dabei und gehen danach ins bad wenn du möchtest kannst gerne mitkommen ich habe da leider urlaub ich bin gar nicht da du bist am freitag nicht da ich bin am freitag nicht da was machst du langes wochenende ja ich mache ein langes wochenende wieder mit der band unterwegs auf festivals ich gehe wandern mit meiner schwester haben wir noch nie gemacht die schwester das wissen ja die viele nicht ich weiß nicht ich erzähle es selber kommt ja nicht also wohnt ja ganz weit weg ne ja ist immer nur selten da ja genau schön da freue ich mich für euch ja gut dass ich bin gespannt weil ich kann gar nicht wandern wie kann man denn nicht wandern wandern ist gehen ja aber ich habe ich habe jetzt weiß jetzt dass das etwas größeres da auf mich zukommt und ich habe trainiert ja ich bin öfters öfters jetzt im felser wald wandern gewesen ist wirklich wunderschön ich weiß gar nicht warum wir weg fahren aber auf jeden fall ich bin jetzt letzte woche sonntag zum ersten hier samstag zum ersten mal hier so zwölf kilometer gelaufen in so wanderschuhen und das ist ein unterschied in meinen normalen turnschuhen easy peasy kein problem aber in den schuhen die ich auch schon länger habe aber noch nie so wirklich richtig zum wandern benutzt habe also die sind schon eingelaufen das ist nicht der fehler okay aber die sind einfach schwerer man rollt anders ab und das fand ich mega anstrengend aber sollte es nicht genau umgekehrt sein sollte es nicht in wanderschuhen besser sein als in sneaker keine ahnung wäre doch jetzt irgendwie ich hatte auch die hoffnung also ich glaube in sneaker war es besser wie viel wandert ihr denn also was wandert man so was was ist so eine was ist so eine so eine so eine wanderstrecke zwölf kilometer hast du jetzt gesagt dann höhenmeter auch wahrscheinlich ja da waren relativ wenig ja okay ich berichte wenn ich wieder da bin also du bist ja dann im urlaub dann schreibt mir einfach eine whatsapp ja genau ich schicke dir ein foto ich möchte gerne mit dir über einen bagger fahrer sprechen der im schwarzwald bar kreis in blumenberg irgendwas muss mit dem los gewesen sein also die polizei hat später festgestellt keine drogen kein alkohol für ein bauarbeiter sehr ungewöhnlich aber der war stinksauer das verböse vielleicht vielleicht war es vor vor zwölf uhr naja noch einen drauf gesetzt der zifferer willkommen in der hölle ich weiß nicht um wie viel uhr das hier war also auf jeden fall der muss richtig wütend gewesen sein der hat sich am mittwochabend einen mietbagger genommen und ist zu sagen ist der stand vor seinem letzten bauvorhaben also vor seinem vor seinem aktuellen arbeitsplatz quasi ein niegelnagelneues mehrfamilienhaus mit wunderschönen balkonen es gibt fotos im internet das ist so ein ganz modernes ding gewesen es sah super aus und da ist er hingefahren und hat mit dem bagger die balkone wieder eingerissen und damit einen immensen sachschaden hervorgerufen mindestens eine halbe millionen euro jetzt wichtigste frage bevor du weitermachst ist jemand zu schaden also verletzt nein es ist niemand zu schaden gekommen es die polizei war relativ schnell da es gab ungefähr 50 zuschauer die sich das spektakel angeschaut haben es gibt auch videos im netz natürlich wurde das gefilmt das gelände wurde danach abgesperrt weil man angst hatte dass vielleicht balkonteile auf gasflaschen gefallen sein könnten aber es ist niemand verletzt worden der typ ist danach nach dem nach dieser halbstündigen aktion in sein auto gestiegen und weggefahren konnte aber wenig später von der polizei gefangen genommen werden hat sich bestimmt auch nicht gewährt oder das ist das stelle ich mir vor ist so ein typ der das ganz cool durchzieht und macht dann in sein auto steigt und stvo konform nach hause fährt genau so war es er hat die balkone wieder eingerissen die er da gerade eben dran geklöppelt hat und ist dann seelenruhig aus dem bagger ausgestiegen in sein auto nach hause gefahren da konnte er festgenommen werden er ist jetzt auch nicht im gefängnis weil es gibt keine keinen keinen grund anzunehmen dass er irgendwie fliehen könnte ja ich spüre du arbeitest auf etwas hin noch ja weil es es ergibt überhaupt keinen sinn 93 prozent des lohns oder der kosten waren schon bezahlt also es war jetzt nicht so der erste gedanke den man ja hat warum macht er das weil er nicht bezahlt wurde stimmt nicht vielleicht war auch nicht zufrieden mit seiner arbeit vielleicht hat er sich gedacht keiner weiß warum er das gemacht hat hat er auch noch nicht gesagt im interview okay also zumindest in der quelle in der ich gelesen habe stand es nicht weil er äußerte als motiv für die tat die wut über nicht doch er hat es gesagt er äußerte als motiv für die tat die wut über nicht bezahlte rechnungen für seine arbeiten aber der arbeitsauftraggeber der hat gesagt 93 prozent waren bereits bezahlt und die restlichen sieben prozent wären wie vereinbart im august dazu gekommen nach fertigstellung okay klingt für mich plausibel klingt klingt okay als jetzt meinung gegen meinung ne also der eine sagt nicht der andere aber wie dumm also du reißt das ding ein ich meine halbe millionen euro also der kriegt nie wieder einen auftrag bei der firma das ist ja mal klar nicht nur bei dieser firma kriegt dann die wieder auftrag also für den ist doch richtig so eine unüberlegte sache richtig schlecht gelaufen ich also ich sage mal so an dem fall jetzt kann ich nichts zu sagen weil die hintergründe der eine sagt das der andere sagt das und so weiter aber ich weiß ich habe bei mir im familienkreis auch ein paar handwerker dass die zahlungsmoral ja manchmal wirklich schlimm ist und das gerade so handwerker gerade kleinere handwerker also die so in ein zwei mann betrieben arbeiten dass die manchmal monate wenn ich sogar jahrelang ihrer kohle hinterher rennen müssen es gab sogar mal das haben wir auch mal besprochen in münchen einen fall da hat eine firma von einer bestimmten also da hat eine 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 sanitärfirma von einer ja mitarbeiter einer bestimmten firma schon gar nicht mehr aufträge angenommen weil die so eine schlechte zahlungsmoral hatten ja und das glaube ich ist also ich glaube handwerker haben das auch das problem sicherlich aber dann lieber 29 59 podcast hörer und liebe hörerin wenn ihr auch mal in so eine situation geratet ihr könnt nur verlieren also kommt der der arbeitsgeber der auftraggeber der hat da mehr kohle der wird jetzt nicht einen ordentlichen anwalt nehmen und dann geht das vor gericht und für den armen baggerfahrer der hat seine situation jetzt einfach nicht verbessert durch diese ja man muss sagen das wird wieder so ein ding im affekt gewesen sein wir berichten ja häufig im podcast über so handlungen wo du dann wenn du im nachhinein dich mal so nüchtern oder ruhig an den tisch setzt dir denkst was habe ich da eigentlich gemacht aber ich glaube dass es in einigen leben und gott sei dank stand ich noch nicht so vor einer solchen sache dass es da manchmal so dinge gibt da siehst du nur noch rot da bist du so hormon gesteuert da ist irgend so ein cocktail der dadurch dich durchwabert und dann reichst du im affekt diese balkone wieder ab verrückt ja gut dass ich kein bagger fahren kann ja sonst würde mir sowas vielleicht auch mal passieren hast du schon mal so eine situation gehabt wo du gedacht hast also wo du dann im nachhinein gedacht hast krass ich habe mega überreagiert war es war also auch ich sage mal jetzt nicht nur im verbal ja sondern auch wirklich das habe ich na ich habe einmal habe ich mich so geärgert dass ich vor wut mit der hand offen ich glaube auf dem türrahmen gehauen habe ja habe mir wochenlang die hand weh getan und ich habe einmal auch und bei der tür war aber nichts zu sehen über nichts zu sehen ich habe auch einmal gegen die wand getreten das aber gott sei dank schon lange lange her alles ist es scheint es scheint bei mir nicht mehr so häufig was kommt da aus dem hintergrund irgendwann das also das finde ich zum beispiel gerade richtig cool weil vorhin hat man auch den den julian laut lachen hören ich würde mir das irgendwann mal wünschen vielleicht nächstes jahr dass der podcast auf sommertour geht und wir so ein bisschen vor publikum mal den podcast ich würde das ja gerne machen dass wir uns einfach raussetzen auf eine parkbank parkbank und dabei gefilmt werden und wenn jemand vorbeiläuft das ist dann so wie der anrufer der sich dann einfach dazusetzen kann aber das ist schwierig in corona zeiten ja generell ja es ist ich will schon eine nummer du weißt ich kann nicht zwei sachen gleichzeitig ich weiß ich weiß also auf jeden fall ich habe mal so gegen die wand getreten dass ich mir der fuß so weh getan hat und dass ich sogar zum arzt gegangen bin und um das röntgen was hast du dem arzt gesagt hast du die wahrheit erzählt das ja kommt das musst du jetzt noch machen bevor ich aufs knöpfchen drücken nein ich war fußballspiel hätte ich aber auch gemacht ich hätte auch nicht die wahrheit erzählt in dem moment wäre mir auch unangenehm gewesen wen rufen wir denn an ja gute frage eine ich glaube junge frau kann es sein vom bild her oh jetzt kommt was neues rein von der angerufenen kommt was neu sein ja ich lege mal auf wir wählen wir noch die andere nummer weil da ist gerade noch eine neue nachricht reingekommen da habe ich ein gutes viele recht fragwürdiges facebook profil bild möchte ich sagen scheint weiter weg zu sein hat ein blitzer kommt ja das irritiert mich auch wenn es nicht keinen tuteln macht ah ja ist weggedrückt ist weggedrückt ja ja dann haben wir keine hörer heute mal gut du hast du bestimmt noch eine zweite meldung vorbereitet ja und zwar gibt es einen rekord in der unfallbilanz zu feiern haben jetzt in jedem podcast irgendwelche rekorde gehabt oder also wir leben in einer geilen region ja dann hau rein also es gibt die verkehrsunfallbilanz des ersten halbjahres 2021 und so niedrige zahlen gab es seit einführung der unfallstatistik nicht mehr und das ist immerhin 1953 gewesen wo im prinzip nur vier autos fuhren ja das muss man das also das das wenn man ja ich sehe du hast das ich brauchst die nummer erklären ja ich wollte noch überlegen ob ich die nummernschilder noch auswendig weiß dieser vier autos aber habe ich vergessen war auf jeden fall ein käfer dabei gab es auf jeden fall eine pressekonferenz mit innenminister strobel der sich natürlich hart dafür abfeiert und jetzt könnte man sagen okay im vorjahr war auch schon ein rückgang der unfallzahlen zu verzeichnen das hat auf jeden fall was mit corona zu tun und man könnte auch sagen dass es in diesem jahr nicht groß anders ist also es waren schon wieder auch mehr unterwegs das hat man gemerkt aber trotzdem die zahlen sind noch mal zurückgegangen und zwar um stattliche 6,6 prozent insgesamt gab es auf den straßen im ersten halbjahr 121.000 verkehrsunfälle das ist natürlich trotzdem viel zu viel aber es ist deutlich weniger als im jahr davor und in den jahren davor 12.000 menschen wurden leicht verletzt 2800 schwer und leider müssen wir auch sagen 148 menschen sind bisher auf den straßen in baden württemberg in diesem ersten halbjahr gestorben hauptunfallursache nummer eins ist alkohol nein hätte ich auch wenn bingo zu schnelles fahren ja auch bei fahrradunfällen geht es deutlich geht es deutlich zurück ja da können wir auch eine positive bilanz machen das einzige wo es halt zunimmt ist bei diesen blöden e-scootern da sind wir da hatten wir irgendwie letztes jahr 64 und verkehrsunfälle in diesem jahr 190 also wenn man das im prozent ausrechnet ist sieht das nicht schön aus aber diese e-scooter gehen mir sowieso auf den sack vor allem weil ich a dagegen laufe und b ich das gefühl habe nur kasperlein sich das aus weil die fahren wie die wie die kaputten mit einem hergekommen du fährst bestimmt anständig bist der einzige der anständig fährt und julian auch der gerade die hand gehoben hat aber sonst habe ich das gefühl sind da nur alkoholisierte kids drauf unterwegs also ich fahre die schon gerne ich bin jetzt vorhin gelaufen vom bahnhof musste zwischendurch noch wollte ich noch was kaufen und dann bin ich aus dem laden raus und dann stand so ein ding davor und dann habe ich gedacht war ich doch damit jetzt den rest der strecke und ich fand es total angenehm ich bin also easy auf dem bord stein entlang gesurft auf der straße sogar und fand es eigentlich ganz ganz nett daher zu fahren aber ich versuche auch immer die dinge richtig hinzustellen dass sie nicht im weg stehen und ich versuche mich natürlich auch an die regeln zu halten aber ich finde es nämlich auch sehr schade wenn die offen auf der straße einfach liegen oder wenn die in reingeworfen werden oder sowas das ist schon dumm ich war letztens am hauptbahnhof in karlsruhe und wahrscheinlich ist das bei allen anderen hauptbahnhöfen auch so da werden ja da fahren ja viele leute hin um danach dann zu verreisen und da liegen die dinger wie so kennst du das ich versuche ein bild zu machen hast du einen blumenstrauß in der hand du nimmst das gummi raus und du wirfst diesen blumenstrauß einfach auf den und es liegt wie so wie so ein mikado liegt es so kreuz und quer so liegen die dinger da am karlsruher hauptbahnhof finde ich richtig schlimm ja es gibt irgendwie so sozial eigentlich ich krieg ich krieg es jetzt nicht auf die kette wie diese studie genau heißt und wie sie genau abläuft es gibt aber so eine untersuchung ich habe das vor ein paar monaten mal gelesen es gibt irgendwie so ein so ein test aus amerika wenn du im supermarkt das ist irgendwie der einkaufswagen test oder so wenn du nicht fähig bist den einkaufswagen aus dem ding rauszunehmen damit einkaufen zu gehen und wieder dann da rein zu stellen also in deutschland funktioniert das ja nicht mehr schon weil wir ja schon seit 30 jahren diese dann ein euro reinstecken müssen oder eine mark halt früher oder so ein plastik ding aber in amerika ist das bei vielen supermärkten auch heute noch so dass die nicht dieses fund system haben sondern da sind die einkaufswagen frei zugänglich und du kannst dir einfach nehmen und da gibt es irgendwie so eine untersuchung oder so ein spruch wenn du nicht in der lage bist den einkaufswagen wieder dahin zurückzubringen wo er hingehört dann bist du nicht in der lage ein soziales leben zu führen das ist sozusagen die lagerfeldsche jogging hose sowas ja und ich müsste das jetzt noch mal nachlesen um es dir genau sagen zu können ich habe jetzt nur noch so ein paar einzelne brocken im kopf aber daran als ich das gelesen habe erinnerte ich mich genau an diese scooter was du sagst das macht total sinn jan weil nämlich da spielen ja zwei sachen eine rolle das erste ist diesen wagen braucht ja jemand nach dir und wenn du nicht daran denken kannst dass also dein wagen irgendwann fehlt und wenn alle das machen kein wagen mehr da ist und dir ja beim nächsten mal auch fehlen wird das ist schon richtig also dann fehlt das ist schon eine ganz wichtige windung die leute lassen die dinger dann halt weil sie eben nicht dieses fund system haben einfach irgendwo stehen und zwar auf dem parkplatz das heißt also du fährst mit dem wagen hin lässt die sachen die du gekauft hast den körperraum steigst ein und fährst weg lässt den wagen einfach genau da stehen das heißt entweder steht er auf dem parkplatz blockiert den parkplatz oder er blockiert die straße zum parkplatz also das ist halt natürlich völlig asozial und man macht sich überhaupt keinerlei gedanken über die mitmenschen über die nächste situation wie du sagst dass man da auch irgendwann mal selber in die situation kommen würde und wenn du das nicht drauf hast wenn du das nicht hinkriegst bist du nicht in der lage in unserer gemeinschaft ein soziales leben zu führen und das ist leider sehr schade und es gibt ja die idee dass man bei diesen scootern eben auch so stationen macht dass du die nur noch an stationen zurückbringen kannst was ja eigentlich voll der vorteil wäre weil dann laden die sich da eben vielleicht also man könnte es ja dann so machen dass die sich dann da auch wieder aufladen aber dann ist halt dieser dieses geile gefühl dass du einfach das ding irgendwo hinstellen kannst wo es nicht im weg steht ja der vorteil das ist natürlich klar der vorteil ist dass es überall hinstellen kann und eigentlich ist es ja auch eine gute sache ich wie gesagt habe sie noch nicht genutzt aber für für dich oder so für andere ist das eine gute sache nur eben ja wir hatten das ja auch hier im podcast schon mal sie abgestellt wie wann das wir haben das hat den gedanken wieder verloren wir haben schon oft über e-scooter gesprochen ja und es kam ja auch heraus genau das würde ich sagen dass die leider nicht das machen was sie eigentlich machen sollen sie sind nicht also jemand der mit dem auto fährt fährt trotzdem mit dem auto sie sind nur für leute da die wie ich zum beispiel jetzt gesagt haben oh ich war noch im bauhaus und den rest des weges laufe ich nicht da steht ein roller ich fahre aber es ist dadurch keine entlastung für die umwelt weil ich ja sonst gelaufen wäre da habe ich gestern habe ich letztens und das wollte ich eigentlich letztes mal schon erzählen in der podcast folge bin da sind wir aber wieder von abgekommen eine total coole sache bei ikea karlsruhe ist mir das aufgefallen vielleicht gibt es auch bei anderen ikea ich meine ikea an sich mit 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 klimaschutz schwieriges thema als großes unternehmen mit mit milliarden bäumen die da abgeholzt werden und so ich meine sie sagen ja immer wir pflanzen das alles wieder an aber was sie gemacht haben das finde ich total cool sie haben jetzt in ihren filialen e leihräder mit großer ladefläche also diese lasten genau lastenräder haben sie und sogar anhänger also riesige dinge ich habe mir das mal angeguckt wo du also wirklich mehrere pax schränke drauf kriegen kannst und dann ist es wie so eine e wie so ein e hubwagen das heißt du hast eine bremse dran kleines gaspedal und kannst mit dem ding nach hause spazieren und da habe ich so bei mir gedacht ich besitze ja auch kein auto da habe ich so bei mir gedacht das finde ich richtig toll also weil da werden wirklich autos eingespart weil ich der kein auto besitzt würde sich nämlich bei einem vor einem ikea kaufen auto holen mieten dahin fahren jetzt bräuchte ich es nicht mehr das gibt es aber nur in diesen ikea filialen die mitten in der stadt sind also so wie in karlsruhe und in hamburg weiß ich zum beispiel gibt es das auch klar aber das ist natürlich eigentlich auch auch eben nur der gewinnmaximierungshintergrund gedanke sie wollen natürlich auch leute erreichen die in der stadt genau wie du kein kein auto genau das funktioniert natürlich nicht wenn du in engenstein wohnst oder oder so nach karlsruhe kommst das wird dann schon schwierig da bleibt es beim auto aber in den städten kann ich mir schon vorstellen dass ein student oder oder studentin sagt machen wir so ich möchte noch eine ganz kleine geschichte mein zweites thema erzählen wir haben nämlich nur noch drei minuten und zwar habe ich vor kurzem im fernsehen einen bericht gesehen es war im öffentlich rechtlichen fernsehen ich glaube es war im dritten glaube es war die sendung marktcheck oder so ähnlich und da haben sie über urlaubss schlepper nepper bauernfänger berichtet und ich fand es so absurd ich fand es so absurd diese geschichte die da erzählt wurde ich habe gedacht leute fällt euch nichts besseres ein kein wunder dass die medien gerade so eine problematik mit glaubwürdigkeit haben weil das was ihr mir da gerade erzählt hat das habt ihr doch frei erfunden ich war wirklich sauer und zwar war da so ein älteres deutsches ehepaar die waren mit dem wohnmobil in italien unterwegs und dann fahren sie so dumm 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 und dann gibt es auf einmal ein komisches geräusch und dann haben sie das so nachgespielt da sagt der der alte mann sagt dann zu seiner frau das war so ein rentner alter ungefähr sagt dann und dann auf einmal werden sie überholt von einem auto von einem italienischen auto der irgendwie warnblinker hat und winkt und zum anhalten signalisiert gefährliche situation was will denn jetzt der das soll ich anhalte hallo dann fahre ich halt mal rechts ran und dann kam der italiener auf den deutschen zu und sagt ey du hast mir gerade meinen autospiegel abgefahren und da sagt der deutsche ja das kann doch nicht sein ich habe dich doch nicht berührt also ich habe doch ein komisches geräusch gehört und dann gehen die einmal um den um den wagen rum um den wohnwagen und da war dann wohl ein schwarzer streifen an der seite zu sehen parallel zu dem abgefahrenen rückspiegel also gleiche seite wo der spiegel da ist er denen dann entgegen gekommen ne ne der war hinter dem und also das so wie die das dargestellt haben war das meiner meinung nach absolut unmöglich und der deutsche hatte dann natürlich einen zollstock in seinem wohnwagen und hat dann nachgemessen hat gesagt hier kerle das kann gar nicht sein dein rückspiegel der ist 80 zentimeter hoch von der erde entfernt und der gute deutsche hat auch immer einen zollstock dabei und dann habe ich gedacht ey Leute ey sowas nie im leben nie im leben passiert so und dann wollen die natürlich bargeld haben wir machen es ohne versicherung und so weiter ja okay und am sonntagabend kurz nachdem ich dir die whatsapp von den trucker babes geschickt hatte schreibt mir ein kumpel ey bin gerade in italien mit dem wohnwagen und mit dem wohnmobil unterwegs boah und heute heute hatten wir so eine mega abzocke und dann schreibe ich ihn zurück Moment dir hat jemand einen schwarzen streifen ans wohnmobil gemalt und gesagt du hättest ihm den den spiegel abgefahren und dann klingelte sofort ich schicke das ab und sofort klingelte mein telefon woher weißt du das wie geil wie krass und es ist exakt diese situation gewesen nur bei meinem kumpel frank war es er hat es mir noch etwas glaubwürdiger dargestellt als als öffentlich rechtlichen fernsehen muss man leider sagen weil die waren da auf einer einspurigen landstraße unterwegs und bei frank war es nämlich so auf einer zweispurigen autobahn und er war auf der linken spur und ist eben an dem italienischen fahrzeug vorbeigefahren hat dann dieses geräusch gehört wie machen die das geräusch vielleicht eine kastanie werfen die oder irgendwas und oder ein steinchen und dann hat er den überholt dann hat der italiener hat dann aber gehupt warnblinker hat ihn überholt und hat ihn zum anhalten gebracht und hat gesagt du hast mir den rückspiegel abgefahren und der frank dann so erstmal zu seiner frau hier kümmere dich um die kinder und genau so ein stress kommt dann nämlich auch auf das nutzen die dann für ihre zwecke genau und dann hat der frank sich das angeguckt und hat gesagt nee halte ich für nicht glaubwürdig und dann hat der italiener die polizei gerufen und hat gesagt irgendwas auf italienisch haben wir nicht verstanden und dann sagt er dauert zwei stunden bis die polizei ja 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 die zeitkarte und der frank sagt ich warte und hat sich auf die leitplanke gesetzt hat zu seiner frau gesagt kümmere dich um die kinder cooler typ der frank dann haben sie sich den falschen ausgesucht und dann haben die gesagt ja du könntest uns jetzt 200 euro geben oder wir warten auf die polizei und der frank sagt eben ihr gebt mir 200 euro dass ich nicht die polizei anrufe und dann hat er irgendwas gesagt und ist weggefahren das war der neue vello podcast falls jemand mit dem wohnmobil nach italien in den urlaub fährt oder irgendwo anders hin das kann überall passieren ich habe aber auch zum frank gesagt du sollst halt auch mit dem wohnmobil nicht auf der linken spur irgendwelche autos überholen ganz ehrlich kommt aufs wohnmobil an es gibt ja schon richtig schnelle